Nach über 600 Stunden arg hast du das Gefühl, du hast schon alles im Spiel gesehen. Aber du liegst falsch. Mein überlebende Erstelle. Oh, das ist so schön, ne? Ich spawn und sterbe. Ich seh dich da hinten. Haha, mein Zwei-Artland, wenn du mal zu herläufst, kommen dir noch zwei, äh, drei. Hallo, ich seh dich, ich seh dich. Oh, das lädt grad noch alles. Das ist ein bisschen... Du bist zu langsam. Wie lange willst du mir hinterher rennen? Nein, da rennt mir hinterher, was hast du gemacht? Oh, nice, nice, nice. Da vorne ist schon ein Drachen. Was, wo siehst du ein Drachen? Was ist das? Boah, hier ist eine Vogelscheuche. Ja, aber what the fuck? Warte, lass mich auch erkunden. Das ist wegen einem Halloween-Event? Das kann sein. Spooky Pile. Lass uns sehen. Äh, wie sollen wir es nennen? Big Booty Bitches, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir uns jetzt aufbauen sollten. Ich kenne halt nichts von der Map. Wir müssen uns halt komplett leveln, ne? Yes, I know. B, 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 Big Booty Bitches. Ich hab gar nicht gemerkt, dass es drei Bs sind. Stop. Hast du dem Video überhaupt schon ein Like gegeben? Tu, die können's wangern. Ich warte zu lange. Und schreib einen lustigen Kommentar dazu. Bist du fertig? Okay, gut. Äh, Settings sind, glaub ich, auf 10 Farming. Wir könnten ein bisschen was erklären, ne? Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir das alles so ein bisschen realistischer halten. Alter, der ist grad hier gespawnt. Jau, Alter. What the actual fuck? Noch einer. Und da hinten ist noch was. Also, wir sollten uns relativ schnell eine Fackel jetzt machen. Oh ja, stimmt. Wir spielen nämlich ziemlich realistisch. Sprich, wenn es dunkel ist. Ist es dunkel? Ist es dunkel? Und wir müssen uns halt mit Fackeln und sowas halt beleuchten. Aber man farmt relativ schnell. Wie schnell wird es dunkel grad? Instant. So, ich mach zwei Fackeln. Es ist fucking dunkel. Jetzt nochmal zur Erklärung. Wir lassen das relativ realistisch. Wir spielen halt ohne Gamma, wie schon gesagt, dass es halt dunkel ist. Wir haben richtig viele Mods installiert. Also einige, die halt viele neue Kreaturen und sowas hinzufügen. Das ist auch eine komplett neue Map. Aber was wir nicht wissen, ist, welche Kreaturen das sind. Wir haben uns nämlich nicht spoilern lassen. Das Einzige, was ich weiß. Doch, ich hab irgendwelche Bilder gesehen. Ich weiß, dass da irgendwelche Wehrwölfe auch, glaub ich, geben kann. Ich weiß nichts. Legit. Und ich weiß, dass es NPCs gibt, die Tribes haben, die auch angreifen können und man auch random einfach so trifft. Und die auch die eigene Base angreifen können. Beziehungsweise, wir können auch einfach offline geradet werden im PvE. Wir sind auf jeden Fall mega gespannt, wie es auf jeden Fall so weiterlaufen wird. Points auf Gewicht. Bist du schon angegriffen? Du bist ja tot. Ich bin gestorben und der Controller hat vibriert wie sonst was. Anscheinend kann ich auch mit dem Controller spielen. Ich glaube, ich bin jetzt da, wo wir vorhin gespawnt sind. Ich seh nix. Ich bin unter Wasser. Die Fackel ist aus. Ich frag mich auch, ob die Viecher, die dazukommen, irgendwelche Farmfähigkeiten oder sowas haben. Hier sind Geister. Ah, ich seh's schon da vorne. Moin, Meister. Ich bring meine Leiche mal mit. Können wir abbauen für ein bisschen Fleisch. Kannibalismus ist angesagt. Hier hab ich gehört. Ah! Ich hab ihn nicht gesehen. Ich bin ohne Feuer hingelaufen. Was war da? Ein Wolf. That's the point, Alter. Man sieht halt legit nichts. Ich versuch mal ein Bett zu platzieren, weil ich seh halt gar nichts, ne? Oh, for real? Der verfolgt mich bis zum Geht nicht mehr, dieser Sack. Ich seh's nicht. Ich seh nichts. Bei mir sehen die Leute dann einfach mehr als ich sehe, you know? Oh, Leute. Wenn ich auf dem zweiten Monitor sehe, erkenne ich, dass da Bäume im Hintergrund sind. Bei mir seh ich legit nix, außer diesen Stein hier vorne und das. Und das glänzen halt von ein paar Sachen. Ich will ja auch nicht in den Wald hinein, Alter. Es ist so dunkel. Am liebsten einfach sterben jetzt hier. Ah! Die sind schneller als ich. Ah! Er hat mich einfach ins Wasser reingeschleudert. Ich muss auf dem zweiten Monitor sehen, wo die sind. Ich seh's auf meinem Licht. Ja, langsam wird's ein bisschen heller. Potent Narkotik. Nein, das ist extra. Potent. Neunmal stärker? Aber wahrscheinlich brauchst du auch mehr. Ein Narkotik, eine Narkobärenseed und eine Tinderberryseed. Und das ist dann neunmal stärker? Ja. Das ist mega geil. Hier ist ein Tame Helper. Reduces Food 50 times faster. Potent Trank Arrow. Ich glaub, ich kann mich damit einfreunden. Junge, was ist eine Primal Pike? A powerful melee weapon ripped with Metal and Narkotik. Was? Wir müssen uns da so ein bisschen mehr einfuchsen, ne? Ja, ja. Aber das kann cool werden. Oh, nee. Ich werde sterben mit Togo. Wir brauchen Toxigkeit. Oh, ja. Ich bin tot. What you doing? Äh, von einem Wolf gefressen werden. Okay, I'm dead. Nein, nicht schon wieder. Oh. What? Blitzwivern? Ich war grad dabei, ein scheiß Ding zu killen. Der ist fast gestorben, dieser Wolf. Und dann kommt vor oben ein Lightning Vivern. An unserer Base. For real? Ja. Der Drache fliegt literally über unseren Ding. Ich hab den noch gar nicht gesehen. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Ich bin nicht hinter dir. Oh. Junge. Nein, der Wolf hat uns alles kaputt gemacht. Dafür stirbt er. Der hat mich ins Wasser gekickt. Und jetzt stirbt. Stirb. Yes. Wir haben Leder. All's auf. What? Der taucht immer aus dem Nichts auf. Ich würd jetzt auch weggehen. Was ist hier los? Junge, da war ein scheiß Donner. Yes. Und das wurde auf einmal grau. So, ich mach vorsichtshalber erstmal hier schon mal ein Bett platzieren. Boy. Ich mach ein bisschen Deko hier hin. We got this. Aber so ein Viech zum Schöpeln, Dennis. Archie. Und fliegen damit. Wir sind ja hier und fliegen damit weg. Ich bin da mal gleich tot, ne? Bist du zu langsam? Ja, ja. Und relativ. Wir sind hier vorbeigeflitzt in der Base. Oh, hat mich ins Wasser geschmissen, Alter. Holy, thank you. Mammut. Holy fuck. Die haben den auseinandergenommen. Der kommt zu mir. Und jetzt kommen die zu dir. Lauf, lauf. Aber nichts zu mir. Ich hab noch keine... Ja, und jetzt draufhauen, Alter. Nee. Oder doch nicht. Nice. Ich zieh seinen Körper mal kurz wieder ran. Nein, 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 nein. Ist da noch einer? Es, 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 schneller, es, schneller. Heil mich, heil mich, heil mich. Oh, der ist da noch. Ich hab gebrochene Knochen. Nein. Hey, warum fliegt die Leiche von dem anderen nach oben weg? Ah, ich hab auch gebrochene Knochen. Ich werde jetzt sterben. Ai, ai, ai. Please don't. Ich kann nicht schnell. Oh mein Gott, du hast mir grad das Leben so gerettet, Alter. Na toll. Und die Leiche von dem anderen Wolf... Fliegt da oben. Die fliegt da einfach. Ja. Ja, wenn du springst... Okay, warte, ich versuch die dann zu ziehen. Ach, absehend. Als ob. Aber er ist ein bisschen weiter unten. Als ob, da bleibt er am Astag. Ich glaub, du musst immer springen und einmal gegenhauen, um den abzubauen. Oh, Ich-Toku-Chan. Ich hole uns einen Freund. Der hat auch ein bisschen Prozent verloren, aber der muss jetzt noch einmal essen. Der ist bei 75. Der hier ist weiter. Der scheißt uns einfach in die Base. Aber der kommt halt legit, läuft hier rum, stellt sich vor unseren Smithy, hockt sich hin und kackt. Da kommt ein Wolf. Ich bin es. Ey, der Wolf kommt auf mich. Warum? Ich hab nix getan. I'm running in the 90s. Bei dir ist gerade ein Archie. Bei 50, den könnten wir eigentlich holen. Er rennt schon weg. Wird es reichen, was er bekommen hat? Wir hätten dem vorher trappen sollen. Hat gereicht. Oh, lol, war es aber ins Wasser. Ne. Das ist ein richtiger Pirat. Den sollten wir auch irgendwie so nennen, Alter. Was? Was war's? Was ist? Junge. Die Geräusche. Was? Alpha Seba-2. Den kommen wir nicht. Nein, nein, nein. Lauf. Er läuft zu dir. Er läuft zu dir. Was ist das? Das ist ein Alpha. Junge, du. Was? Oh. Weißt du jetzt, was ich mein? Der ist schon hier. Was ist das mit dem Pirate? Was? Did you see that speed? Ich hab bei K. sich gesehen, dass er zu dir kommt. Drehe mich um, lauf weiter. Hatte schon eine Distanz aufgebaut. Auf einmal stand er neben mir und greift mich an. Das war fucking Flash. Da ist ein fucking Gorilla. Da ist ein Gorilla und denkt ein Stromfuzzi. Das sieht aus wie der Gorilla-Boss. Kann sein, dass er das ist, ne? Ich bin beim toten Archie. Ah! Oh! Das ist Wasser. Ich hab ihn aber nicht kommen sehen. Ich hör irgendetwas. Und ich sehe irgendwas fliegen hier. Das wird der Gorilla sein. Was? Yo, das ist er. Und siehst du den Golem im Wasser? Ja. Das teilt gerade nicht. Ja, der hat dich erfolgt. Ist er gestorben? Ne. Der ist unter Wasser jetzt. Und der Gorilla schmeißt mit Stein. Junge, als ob hier alles, was mit Bossen ist. Was ist das hier? Ein Spino? Ne. Das ist kein Spino. Was sind das? Hier ist ein Tribe. Ein Tribe? Ja. Und die sitzen auf A los. Ich hör die schießen, Alter. Jo, ich versuche einen Tribe-Mitglied zu killen. Hit. Hit. Wo bist du genau? Hit. Äh, hörst du die Schüsse? Ne. Ah, ich seh's, ich seh's. Wenn du versuchst, so zu treffen. Den hinteren. Irgendwer hat auf mich geschossen. Ich hab zwei Schüsse abbekommen. Oh! Da hat ein Alusaurus gedroppt. Ihr greift mich an. Der war die ganze Zeit da, der Alu. Ja, der hat aber grad noch einen gespawnt. Jo. Holy fuck. Kann man die bowlern? Ich glaube. Ich hab ihn, ich hab ihn gebohrert. Nice. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich seh dich. Ah! Zylakuleo? Stirbst du? Alter, das war grad mega dumm. Ich hab ihn gebohrert. Die schmeißen hier Bolas auch auf mich. Bin mitten im Krieg, Alter. Wo bin ich hier gelandet? Ich hatte ihn gebohrert und der hat Incent gepfiffen. Und ich dachte, für wen heißt du nicht? Und auf einmal scheint vor mir ein Ding. Der hat mich, hat mich. Hier ist ein weißer Drop. Den hole ich mir mal eben. Vielleicht ist irgendwas Nices. Yo! Und hier ist was mit nem... Mit nem Live-Bar... Jünger, was ist hier los? Hier ist der Krikus Totalus. Ich hab ihn, ich hab ihn! Einer von den Trapmates? Ja. Bei mir hat er richtig viele Pfeiler abkassiert. Ja, aber nicht gestorben. Ich hab ihn aber ein paar Mal mit dem Ding angehängt. Oh mein Gott, der fucking Golem, der im Wasser ist. Der bringt mich, der hat mich umgebracht. Den hab ich da reingeladen. Da, wo der Alpha Saber-Suit war. Der ist jetzt hier ein Alpha Mammut. Dieses komische Eis-Scheiße-Werfer, großer Boss. Dieser Gorilla. Ein Frost Elemental oder was auch immer das ist. Yo, der hat mich grad fast mit nem Riesenstein getroffen. Das ist auch gut. Yo, aber die haben... Yo! Der hat mich instant gesehen. Aber da vorne ist meine Leiche. Ich hab ihn geboten. Yes, aber der trifft dann trotzdem mal. Ein Schuss! Und die haben mich nicht mal gefragt, ob ich den totalen Krieg will. Noch sieht er mich nicht. Was? Und bin overweight, komm. Hat er Waffe? Weiß nicht. Lass ihn erstmal hier safe rausziehen. Miki, bevor er nicht... Ich versuch' Gott. Aber ich konnte ihn nicht aufheben. Okay. Was ist drin? Shotgun und Amo. Denk du dein Helm mal hoch. Aber ich kann deren Rüstung nicht. Schade. Oh! Der hat irgendwas gewollert. Hat er dich gewollert? Der hat mich gewollert. Was? Der hat instant die Pola hochgebrochen. I saw that, Alter. Ich kann ihn nicht treffen. Junge, ich bin überlebt. Chill grüßend. Der muss hinter... Hinter der Schildkröte läuft noch rein rum. Das sind zwei. Aber ich weiß nicht, ob er ihn schießen soll. Der linke. Jetzt. Ja, genau der. Der hinteren, ne? Ja. Ich hab' schon so viele Pfeiler drauf, Alter. Same, same. Da feist... Junge! Hallo neben mir! Der trifft mich! Der schießt mich an! Und neben mir ist ein Alu gespawnt. Oh my gosh. Junge, was war denn das für eine Pola? Ich versuche deine Leiche wegzuschlappen. Bin schwer, ich bin schwer. Ah! Da hat deine Leiche... Also hatte ich deine Leiche gefordert, den Alu... ...und läuft mir grad hinterher. Okay, das ist umgedreht. Holy fucking shit! Ach, ich bin tot. Ich hab' mich hinter ihn gestellt und hab' ihn zweimal mit ner Shotgun gegeben, aber da... Die sind echt ziemlich tanky. Mit ner Fackel kriegst du das hin, wenn du die bohl hast. Bitte sieh' mich nicht. Okay, ich hab' mein Stuff. Oh, ich seh' sie da wieder mit den Alu sauren. Das wär' so nice, wenn die einfach so'n Cryoprod droppen würden mit ner Alu. Ich schieß' auf ihn. Komm, scheiß drauf. Oh, hat mich angeschossen. Mehrmals getroffen. So. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Wo bist denn du? Noch beim Brachio. Ne, Diplo, doch. Warte, hier, Bronto, keine Ahnung. Bronto? Wo genau ist das? Der schießt auf mich. Ich bin in Deckung, aber... Ah ja, warte. Ich hab' den Cola. Yes, ich hab's gesehen. Aber er schießt trotzdem hierher. Jetzt schießt er auf dich. Yo. Ich hab' den Speer mit Tranquillizer auf ihn geschmissen. Junge, der hat mich... Keine Ahnung, wieso der mich... Wie der mich auf Range halten konnte. Der schießt immer noch auf mich. Holy. Ich zieh' die hier hinter. Ich weiß nicht, wie der mich auf Range halten konnte. Tatsächlich. Oh, shit, Alter. Der kommt ja immer näher. Ich kann hier nicht weg. Wenn ich hier weggehe... ...ist da hinten der Nächste. Ist hier schon Alu. Holy fuck, wir sind mitten im Krieg. Yo, der Gorilla hat den... Äh... ...Eiselemental gekillt. Warte, ich wag mich dort in die Nähe. Gleich hat der Eiselemental was Geiles im Inventar. Oh, lol, was? Ich wette, wenn Okami das sieht, wieder mitzocken. Oh, shit, Alter. Denk ich mir auch. Ich fühl mich nicht, als hätte ich PvE spielen. Ich auch nicht. Oh, nee, der geht... Kommt hierher auch... Boy, wir versuchen zu bohlen. Dann müsst ihr auf Range gehen. Versteck mich hinterm Baum. Die ganze Zeit, Hits, Alter. Wie oft hab ich den schon mit dem Bogen getroffen? Der läuft hinterher. Hast du deine Sachen schon? Nee, ich da ja. Nee, ich mein, der läuft den Bronto hinterher mit einer Bohl an der Hand. Der schießt auf mich. Hast du eine Granate oder sowas? Ich hab ihn. Junge, der hält so viel aus. Oh, ist auf das ganze Ignoreter ein, aber sobald du mal rankommst. Ich weiß nicht, soll ich versuchen mit einer Fackel? Nee, nee, der halte ich auf Range. Ich hab ihn. Nice, nice, nice. Bitte sag mir, dass er ein Essen lohnt hat. Was? Dafür? Das ist meine Mütze. Da ist noch ein einziger. Oh, da ist er. Ja, hörst du? Ja, okay, da war nur Essen drin. Ich hab ihn mit einer Fackel geschlagen. Er brennt. Jo, tatsächlich, er hält einen wirklichen Müll auf Distanz. Er jagt mich. Ah, er läuft hinterher. Hidoko? Was soll ich machen, Junge? Ich hab dir gesagt, er hält dich auf Distanz. Oder? Ah! Okay. Holy. Nein, jetzt hat er... Der hat da grad gesteppt, alter. Jo, ich hab den scheiß Schwanz hier bekommen. Ich hab ihn gewohlert. Oh, oh. Ich versuche ihn einmal... Der geht nicht auf den Ding, der geht auf den Bontor. Hat mich getätet, aber ich hab ihn angezündet. Ja, ich bin von unser Base gesporn. Kill me, die a beer, please. Looks like I need another slap. Jo, warum spawn ich die ganze Zeit hier? Das ist ein Witz. Das ist aber nur Level 30, ne? Das sind nicht meine Starken. Ja, es gibt... Der andere war 8. Also, soweit ich verstanden habe, gibt's auch Alpha Tribes. Es ist... Es ist... Es ist auf einmal jetzt mega dunkel. Oh! Ich run back zu unserer... There was some nice stuff you need. Was zwar? Was hast du gelootet? Drop. Blau. Vier Bookshelves. Nein, 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 nein! Nicht killen! Nicht killen! Nicht killen! Nicht killen! Nicht killen! Es wird immer ein Tag bei mir sein und ein Tag bei Miki. Dass ihr das schon mal im Hinterkopf behaltet. Du machst dann Mittwoch und nicht Freitag. Hier ist wieder so ein Sabertooth. Wieder sterben. Gar kein Bock. Oh, Junge, ich sehe nichts. Ich muss auf den zweiten Monitor wieder gucken. Ach, wir haben gar nicht erwähnt, auf welcher Map wir spielen. Eine Mod-Map auf jeden Fall. Olympus. Und Gerüchten zufolge kann es gut sein, dass die Map dann natürlich für sie überarbeitet. Aber das ist das nächste DLC-Wit, was rauskommt. Why? Ich sterbe direkt neben meiner... Ich bin dreimal an diesem Ort gestorben. Ich sehe zwar da vorne, wo meine Laser sind. Das war ein Yeti! Ein Yeti? Ich habe legit noch nie einen fucking Yeti gesehen. Der sah aus wie ein Giganter Pethekus und ich wollte ihn zählen. Das ist so witzlos. Geh doch. Nein! Nein! Das ist witzlos. Ich kann meine Sachen nicht einsammeln. Bei 50 Millionen Sabertooth meiner Leiche einfach... Das ist Katzenwache. Dafür wurdest du im Kindergarten geschlagen, wenn du das gemacht hast. Ich habe noch nie jemanden im Kindergarten verprügelt. Ich wurde hier und da mal geschlagen. Ich bin auch mal wen geschlagen. Ich war... Ab und zu wurde ich verprügelt. Oh mein Gott. Als ob ich into Direwolves Parachute... Alter, fick meine Leiche! Bin ich wirklich? Alle Leute, hat mich fast in unsere Base gekickt. Ich fliege dran vorbei. Ich baue hier gerade ein bisschen, dass wir uns wenigstens so... Das zumachen können hier. Vieles dann. Ach, komm schon! Jo, die machen alles kaputt! Vorne im Bett, ich versuche den wegzulocken. Ja, jetzt kann ich nicht! Vorne! Ich locke die weg. Was? Vorne genau... Ich locke sie weg. Und dieser Dings ist genau in unserer Base wieder. Ich höre ihn. Fick dich, Alter. Kein Bock mehr auf den Dings, Alter. Bumm! Da kommt der Nächste! Ja, das sind ja die zwei gewesen. Ja, warum kommt jetzt Incentiv... Ich bin fast tot. Ich gehe jetzt auch hier rein und verstecke mich. Wait for me! Ich will in der Incentiv... Ich will in der Incentiv... Ich will in der Incentiv...